Hallo zusammen, dieses Video hat eine etwas andere Form. Heute spreche ich einmal zu euch über meinen Kanal und gewisse Dinge, wofür ich mich entschieden habe und warum. Es geht primär um die Sprachwahl. Ich habe es versucht in Schweizerdeutsch, ich habe mal kurz etwas in Englisch probiert, ich habe Hochdeutschvideos gemacht und verschiedene Erfahrungen damit gemacht, wie sich das verhält und wie aufwändig das ist. Wie ihr seht, spreche ich heute in Hochdeutsch, auch wenn das ganz klar ein Schweizer Hochdeutsch ist und mein Hochdeutsch nicht perfekt ist, das ist mir absolut klar. Es gibt aber einen sehr guten Grund. Englisch gibt es schon sehr viele Videos zu MyTin-Gebieten und ich denke, da braucht es nicht unbedingt noch einen mehr, der riesen Content produziert. Schweizerdeutsch gibt es sehr wenige, wenn überhaupt die das tun. Das stimmt schon. Leider ist die Schweiz enorm klein und wenn ich schaue, ich habe eine Grafik eingeblendet, wenn ich schaue, wie viele Zuschauer ich aus der Schweiz und Deutschland habe, muss ich ganz klar sagen, ich kann nicht in Schweizerdeutsch Videos machen, denn das verstehen die meisten Leute aus Deutschland nicht. Ich habe mich auch daran probiert, die Videos dann zu untertiteln und somit zu übersetzen und muss ehrlich sagen, dafür ist der Aufwand viel zu gross. Ich habe einen Job nebendran, ich habe noch andere Verpflichtungen und ich kann das nicht als Vollzeit machen. Das Ganze zu synchronisieren und übersetzen dauert mindestens noch einmal, wenn nicht zweimal so lange wie sonst einfach ein Video zu schneiden. Wenn ihr darüber diskutieren wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun oder mich auch über den Discord-Chat oder diverse andere Wege, die ihr findet, irgendwo verlinkt im Video, kontaktieren. Aber für mich ist das erst einmal ein gegessenes Thema. Meine Videos werden in Zukunft auch in Schweizer Hochdeutsch sein und vielleicht werde ich ja besser. Übung macht den Meister. Merci fürs Zuschauen. Tschau zusammen. Hey, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinen Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals. Tschau zusammen.